Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, ich bin froh, dass ich euch dieses Video hier vorstellen kann und ein großes Dankeschön an VR-Optiker, die dieses Gewinnspiel hier überhaupt möglich machen. Denn ihr könnt hier einen Gutscheincode gewinnen für ein Set vom VR-Optiker. Ich habe ja diese Tage auch ein MetaQuest 3 Linsen-Video gemacht. Das ist die Linse für die MetaQuest 3. Den Link dazu werde ich unten in die Beschreibung packen. Und eine Playlist gibt es auch, eine VR-Optiker-Playlist. Da habe ich alle Linsen-Einsätze von allen Brillen, die ich so hatte, reingesetzt. Ihr könnt auch gerne mal reinschauen. Ich bin bisher immer begeistert gewesen von dieser Qualität. Ich hatte noch nie Probleme damit und ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Ja, und so ein Set könnt ihr gewinnen. Es ist egal, ob ihr jetzt eine PS wie A2 braucht, also Einsätze dafür braucht oder für eine Quest 3 oder für eine Wolf-Index, Pico 4 und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch komplett aussuchen. Es ist egal, welche Brillenstärke ihr habt. Und Versandkosten sind auch abgedeckt. Also mit diesem Gutscheincode füllt ihr einfach alles aus und wegschicken und glücklich sein. Also mega geile Aktion. Danke VR-Optiker. Und ja, ich sage es in jedem Video. Es ist nicht selbstverständlich, aber geht vorher zum Augenarzt oder zum Optiker und macht euch einen vernünftig neuen aktuellen Brillenpass. Bevor ihr was bestellt, definitiv. Sonst ärgert man sich nur. Also das schon mal vorab. So, wie könnt ihr gewinnen? Also, ihr könnt gewinnen, indem ihr einmal einen Kommentar schreibt. Also so nach dem Motto, ich möchte gerne am Gewinnspiel teilnehmen oder ich möchte den Gutscheincode gewinnen und so weiter und so fort. Dann müsst ihr aber auch noch eine Frage beantworten. Dafür müsst ihr eventuell entweder ihr habt es mitgekriegt oder ihr müsst mal kurz auf dem Kanal ein bisschen rumsurfen, sage ich einfach mal. Da gab es ein Video, ein FC 24 Video, also Fußballspiel. Und da sage ich ganz klar, was mein Lieblingsverein ist. Und den schreibt ihr einfach auch dabei. Ein kleiner Tipp. Es ist nicht Bayern. Das mal vorab. Und ja, wenn ihr das reinschreibt und das ist richtig, dann seid ihr mit im Lostopf. Ich schaue mal, ob ich das dann wieder per wirklich Zettelchen mache oder ob ich das dann einfach per Commentpicker mache. Das muss ich mal schauen, wie viele Leute da mitmachen. Auf jeden Fall ist das eine richtig coole Aktion. Und ja, ich freue mich auch, euch das vorstellen zu können. Und hier nochmal die VR-Optiker-Seite. Und wer dann kein Glück hat, es gibt auch einen Gutscheincode. Es gibt einen Rabattcode über meinen Link. 5% bekommt ihr dann nochmal drauf und den packe ich euch auch unten in die Beschreibung nochmal. Ja, wenn ich das jetzt hier sehe, ihr könnt entweder Planlinsen bestellen, also ohne Sehstärke oder halt mit Sehstärke. Und dann könnt ihr das hier alles eintragen. Und ja, je nachdem, was für eine Stärke ihr jetzt habt, ob Minus oder Plus, ist es halt auch nochmal ein Unterschied. Wie teuer das dann wird. 16 wäre dann das Höchste, plus 160 Euro und so weiter. Also ja, ist schon einiges dabei. Und wie gesagt, ist egal, was für ein Headset ihr habt. Ihr könnt daran teilnehmen und dann per Gutscheincode dann die Linsen bestellen. Ja, Leute. Also, Frage beantworten. In den Kommentar reinschreiben, dass ihr gewinnen wollt. Und das Ganze dann bis nächste Woche Mittwoch. Ich glaube, es ist der 22.11. Aber ich werde alles nochmal in die Beschreibung reinpacken, also schriftlich, dass ihr es habt. Und ja, ein Sinteschluss wäre dann der 22.11. 15 Uhr. Machen wir einfach mal so. Und ich schaue dann, dass ich dann an dem gleichen Tag noch einen Livestream mache, wo ich die Auslosung mache. Das möchte ich auf jeden Fall live halten, damit ihr dann mitmachen könnt, dabei sein könnt, wenn es dann ausgelost wird. Und ja, dass es auch fair abläuft, dass ihr seht, dass ich nicht irgendwie bescheiße oder jemanden bevorzuge oder sonst was. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr macht zahlreich mit. Haut alles rein in die Kommentare. Like natürlich raus. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich ein Abo raushauen. Und ja, dann wünsche ich jedem, der mitmacht, jetzt auch viel Glück beim Gewinnspiel. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bestimmt die Tage. Bis dann. Ciao.